Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besucht den Impfhersteller IDT Biologica in Dessau. Mindestens fünf Millionen Dosen eines Corona-Impfstoffs will die Regierung dem Konzern abnehmen, wenn alle Tests beendet sind. Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung bereits große Chargen anderer Hersteller gesichert – nach eigenen Angaben für 300 Millionen Impfdosen. Bereits im Dezember könnte es laut Spahn die ersten Impfungen geben. Der Aufbau von Impfzentren durch die Länder komme voran, erklärt Spahn weiter. Sie seien ab Mitte Dezember einsatzbereit. Nach einem schwierigen Corona-Winter könne dann die Impfbereitschaft unter den Deutschen steigen, hofft der Gesundheitsminister. Umfragen zufolge wollen viele Deutsche erst einmal abwarten, bevor sie sich impfen lassen.